Herzlich Willkommen zu Ingrid Klimke Live! Wir wollen Pferde sehen, die zufrieden gehen, die motiviert sind, die selbstständig für den Reiter arbeiten. Ich habe viele Pferde mitgebracht, ein ganzes Team, einige Schüler und wir wollen Ihnen heute Abend die abwechslungsreiche Arbeit zeigen. Ich kann den Inhalts fallen lassen können, pariere jeden zweiten, dritten Tritt, immer wieder nochmal Schritt für Schritt Last aufnehmen, die Last aufnehmen, auch mit der Hinterhand, einmal Schritt für Schritt zurückkommen und wieder raustragen. Genau, die sollen hinten tiefer werden. Weil der Sitz des Reizes ist einfach, dass die Sprache zum Pferd und je stabiler und ausbalancierter und ruhiger der Sitz ist, je klare die Sprache. Ja, ich gehe kurz auf die Stelle noch. Ich gehe kurz auf die Stelle noch.